hallo und herzlich willkommen bei cat standing gold ich bin namens jim schimschek und es geht euch darum dass es pünktchen besser geht die pünktchen hatte ja eine gebrochene pfote hinten rechts die pfote war angebrochen oder war das links ich glaube das war rechts ich glaube das war rechts auf jeden fall hinten die pfote ist angebrochen man geht davon aus dass sie entweder runter gefallen ist oder getreten wurde und letztendlich hat dann noch mal der gärtner mit mir gesprochen gehabt und mir gesagt habe dass er gesehen hat wie sie sich dort gestritten hatte mit einer schwarzen katze und wie sie darunter gefallen ist und ich weiß auch jetzt nicht wie weit das stimmt ob das jetzt ein bisschen vertuscht werden sollte denn ich war natürlich auch sehr sehr sauer hier nachdem ich da die röntgenaufnahmen vom tschatz bekommen hatte wollte die katze da ein richtig gebrochene hinterpfote hatte ja und dann habe ich noch mal mit dem tier 2 kontakt gehabt ich wollte noch mal mit ihm wegen der prinzessin reden denn er hatte mir gesagt gehabt dass er im juni sie nach ankara schicken will dass sie dort halt auch operiert werden soll dass man hier halt auch tränen kanäle neu einpflanzen kann und sowas und das hatte man das erzählt und das hat auch gut geholfen bei einigen katzen und das gleiche vorgang soll auch bei der prinzessin gemacht werden ja und dann habe ich noch gleichzeitig gefragt wie es der pünktchen geht und dann meinte er dass es der pünktchen besser geht dass die operiert wurde und dass sie in zwei drei tagen nach hause kann ja und dass sie dann zwei drei wochen dort bleiben sollte wo sie halt auch wenn sie sich nicht viel bewegt und so das wird auch natürlich bei pünktchen jetzt ein bisschen schwierig hier zu hause und ob man jetzt pünktchen hier im stall halten kann ich weiß nicht ob das jetzt richtig ist bei ihr denn sie kennt ja die wohnung sehr gut und nicht dass sie im stall da richtig sauer wird dann muss man halt schauen wie man das macht ich habe dem tierarzt gefragt ob sie sonst eventuell eins bis zwei wochen vielleicht länger da bleiben kann bei ihm stattdessen dass ich die hier nach hause hole dann wenn ich sie hier nach hause hole dann will sie natürlich auch sehr sehr traurig sein und die will dann halt einfach raus aus dem stall das kann ich nur noch bei pünktchen gut denken und dann ist sie die ganze zeit am schreien weil das ist ja auch keine ruhige katze wenn die was will dann fängt sie an zu miauen ja auf jeden fall geht es ihr dann jetzt besser und ich hoffe halt auch dass es so schnell wie möglich verheilt dass das nicht zwei drei wochen dauert sondern halt viel eher geht dass die viel schneller fit ist das haben nämlich viele jetzt neulich gefragt gehabt wie es pünktchen geht und ich habe auch nicht jeden tag kontakt mit dem tierarzt von daher wenn ich das jetzt mit dem tierarzt kontakt habe dann informiere ich euch natürlich was dann im aktuellen mit den kranken katzen ist und jetzt habe ich hier die song über mir ich habe mal die song wird es neben mir gekommen die song wird es auch mit ihren kitten den ganzen tag im zimmer ich lasse sie in der früh raus am abend wenn ich nach hause komme lasse ich die raus und da spielen sie tagsüber könnt ihr halt aus sicherheitsgründen nicht draußen bleiben denn wenn da was passieren sollte oder die werden auch ständig gehauen oder so von den älteren und das kann halt viel schlimmer ausgehen von daher dass ich sie halt wenn ich nicht zu hause bin immer im zimmer drinnen und bei dem polly haben wir auch gestern abend wer gestern abend mit dabei war im video wir haben gesehen dass der polly da unten liebt jetzt der ist seit einigen tagen da unten der hätte sich nicht hier oben auf und das haben wir jetzt noch gesehen und der für prager kater hält sich auch da unten auf der für prager kater kann schon wieder nicht so gut gehen wie vorher aber ich habe natürlich kein vergleich wie es davor war denn ich habe ihn eigentlich nie gehen sehen und wenn ich ihn jetzt ja so wackelnd gehen sehe dann denke ich halt dem geht es wieder nicht gut aber wenn ich eigentlich nachdenke oder zurückdenke ich habe ihn ja nie gehen sehen weil der ja hier einen monat bei mir im stall war und das hat nichts gebracht kaum weiter draußen war der zwei drei tage im keller und dann ist er verschwunden und jetzt sehen wir nach wochen lang dass er da unten lebt und mit dem polly auch zusammen dass der zwei kater mit dem neurologischen kipp wo die wir beim tierarzt behandelt lassen haben und denen es jetzt auch wieder besser geht vor allem dem polly der polly war ja schon ganz gelähmt und man sieht da unten dass es den polly auch jetzt wesentlich besser und die stefanie und die petra haben sich sehr gut angefreundet die sind immer nur am spielen und petra will auch damit ins zimmer und die ist einfach so lieb zu den kitten ich finde es so schön wenn ich das sehe also die ist wirklich eine gute babysitterin sagen wir mal so und vor allem mit dem kleinen kitten wenn sie da spielen das ist gleich natürlich auch sehr sehr schön das alles anzuschauen und das kleine kitten ist auch da und seiner mama es hat sich gut eingelebt es hat jetzt auch heute mit dem spielzeug gespielt gehabt und ich bin wirklich ich weiß nicht was ich machen soll ich denke nämlich dass jetzt der mama weg oder soll es dabei der mama bleiben ich habe sogar das gefühl dass die mama schon wieder schwanger ist weil sie ein etwas sicheren bauch hat es ist jetzt nicht so wie bei songwühl und dann müssen wir halt schauen wie das wie wir das machen und das schauen wir uns dann jetzt erstmal alles an ich kann einmal die kamera drehen und ich bin jetzt nicht aufgestanden damit ihr hier auch sieht wie die songwühl hier liegt und sich dem bauch grauen lässt von mir schaut mal die kleine süße songwühl eine ganz ganz liebe mama ach ja und der neue notfallkater den habe ich heute nicht mit in den laden genommen ich habe gesehen dass er gestern mit den ketten von songwühl gespielt hat und dass er sich unterm bett versteckt hat und dass der gut gefressen hat ich habe ihn ja mit in den laden genommen gehabt um das zu verfolgen ob der gut frisst und trinkt und der frisst sehr gut und er trinkt sehr gut und dann habe ich ihn heute hier zu hause gelassen und songwühl hat ihn ja auch aufgenommen eigentlich ich weiß jetzt nicht ob der milch trinkt bei ihr auf jeden fall kann der sehr gut fressen nicht bei songwühl alles klar mein tschüss alles klar alles klar alles klar alles klar alles klar du bist so ein liebes tier songwühl und dann gehen wir mal schauen was da alles los ist sind gerade wieder die kitten draußen und die katzen auch und hier sieht man abby wie immer abby du alte nervensäge warum lässt du mich niemals schlafen du bist eine richtige nervensäge und du nimm deine pfote runter was hast du sie gleich bereits umhauen warum bist du eifersüchtig bunte hier ist man die philis na wer ist hier drin dass ihr so sauer seid und was bist du für ein kleiner süßer spatz was bist du für ein hübsches tier auch nur mit einem auge was bist du für ein hübsches tier habt euch wieder müde getobt oder was stiefkitten was machst du da jetzt weiß warum diese sauer sind kommen sofort raus da du kleiner satelliten gucker ich dachte schon warum die alle so sauer sind versteckst du dich also unterm bett teddy keine angst vor stiefkitten der tut euch nichts das passt ihnen gar nicht vor allem dem hier die karten sind die schlimmsten die sind hier die dinge die dann richtige big boss sie doch mal den schwanz anfangen kampf position und mini pirat tagt gerade raus und was ist mit dir und die haben alle gut gefressen die haben viel getobt und du weißt noch nicht wo du schläfst hast du dir noch kein platz ausgesucht ein auge und da sind die beiden roten schon mal der rechte der von zongy hat aber ein komisches rot finde ich und hier hätte auch ein komisches rot weiß das hat so beig mäßig die sind das sind beige katzen keine gelben katzen kurz die hände waschen aber es ist mini pirat jetzt seid ihr alle da die stephanie fehlt und wo ist stephanie nee stephanie vergiss es du schläfst bestimmt nicht neben mir du kommst gleich wieder schön in dein zimmer rein ich sag's dir du schläfst bestimmt nicht neben mir das kannst du dir abschminken du kleines baby du bist bei deiner petra ach petra was ist los hast du dich stefanie müde gespielt oder was hast du dich stefanie müde gespielt na prima te manager mach 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 Na bunte Mama, wie geht es dein Baby? Na du kleiner süßer Schatz, alles klar bei dir, weißt du nicht, dass du wunderschön bist, weißt du, dass du ein ganz ganz süßer bist, hm? Ah, Jux, der hat so einen süßen Blick, die kleine Spatz, hast bestimmt Flöhe, ne? Mit Sicherheit. Und deine Mutter ist auch da unten. Das ist das Kitten vom letzten, ja, von der bunten Mutter. Das ist aber nicht scheu. Na, das ist deine Schwester eigentlich, ich hab die gleiche Mama, vom Wurf davor. Na, wie schaust du so süß, hm? Das ist schon ein ganz süßer Spatz. Na, der juckt sich. Ich glaub, ich müsste ein Spielzeug holen, so eine Angel oder so. Ne, der hat 100% Flöhe, der juckt sich richtig. Das sieht man richtig. Der arme Spatz. Wenn man hat ja nicht mehr so richtig Angst, wenn ich ihn da anschaue. Das war jetzt ein gesummtes Bild. Ich bin jetzt 30 cm von hier entfernt. Jetzt 20 cm. Ich denke mal, ein 1-2 Teil wird sicherlich anders sein. Ich will das jetzt nicht überstürzen mit ihm. Schaut, jetzt geht er einen Schritt zurück. Alles gut, Kleiner. Alles klar. Schau, nicht so süß. Und da ist der Ball von gestern. Schaut mal, der hat also damit gespielt. Na, jetzt will er spielen. Schaut euch das mal an. Du hättest bei mir zu Hause eigentlich so viele Freunde, weil die alle in deinem Alter sind. Und schaut mich mal, wie seine Mutter mich anschaut. Jetzt läuft er weg. Alles gut, Kleiner. Heute sind wir schon näher an dich herangekommen. Und morgen wird es sicherlich besser. Ne? Schauen, wie die Mama da schaut. Geh mal hin. Jetzt haben wir doch gesehen, dass es ihm besser geht. Und was willst du eigentlich hier? Ja, Stefanie. Die liegt jetzt auch hier. Heidi, lass die Katja in Ruhe. Ich weiß nicht, was ihr gegen Katja habt. Aber die Katja kommt direkt zu mir, um geschützt zu werden. Und ihr lässt sie bitte in Ruhe. Die hat euch nichts getan. Schungel, willst du mit deinem Baby auch hier hin? Aber ich brauche auch noch ein bisschen Bett. Du kannst dich mit deinen Kinden haltet hier auf mein Bett. eine Emino jetzt ist Emino auch hierher gekommen und was willst du da Baby von Songwil schau mal hier, die Getigerten schlafen hier nebeneinander und wenn da einer ein Auge hätte dann wären die ganz ähnlich und ihr versucht die Dusche zu zerkauen oder was? Mini Pirat und das Getigerte Kitten von Songwil sind hier und eine läuft gerade von Baby Emino weg Baby Emino steht aber nur da und tut den Kitten nichts und die Bunte ist auch hier und du bist so ein hübsches Kater Stiefkitten dann weißt du eigentlich, dass du ein ganz beliebter bist in Deutschland du bist ein richtiger Frauenschwarm ich sag's dir nur viele die zu mir kommen die sagen, dass du der Favorit bist von vielen obwohl du so eine kleine Schlafmütze bist na schäm dich nicht du kannst hier wieder herschauen Stiefkitten jetzt schaust du auch auf die Babys ne passt auf die Babys auf und bei dich müssen wir nicht reden du kleine Krasanova dann schaut mal die Kitten von Songwil spielen im Bad und dann schaust du auch auf die Babysche Und schau mal, wie sie sich da spielen. Und Emino, was denkst du? Denkst du, du hättest auch gerne deine Geschwister, mit denen du so gespielt hättest? Das denkst du bestimmt, ne? Aber du hast Petra, du hast uns. Emino, du bist nicht alleine. Okay? Okay, Emino? Du bist nicht alleine, mein Schatz, okay? Wir sind alle für dich da. Und du brauchst dann nicht hierher zu schauen, Heidi. Wie du da sitzt und wie du schaust. Du kannst dich ruhig weiter lecken. Na, was ist du, kleine Taube? Zongel, ich wollte eigentlich rausgehen, aber ich möchte nicht deine Kitten hier alleine lassen. Wir wollten ein bisschen spazieren gehen heute, aber die sind gerade so am spielen, ich will sie nicht einsperren. Dann müssen wir kurz schauen, wie die spielen. Hier ist schon Bül. Schau mal, wie die spielen. Die werden gleich müde. Das sind drei Geschwister. Und die müssen halt nicht immer im Zimmer spielen. Die können auch mal hier rausgehen, auf mehr Fläche. Das tut mir auch leid für sie, dass sie immer im Zimmer bleiben müssen, wenn ich nicht hier bin. Aber was soll man machen? Bei jemanden anders hätten sie vielleicht nicht mal so einen großen Platz. Ich setze ihnen ja ein richtiges Zimmer zur Verfügung. Petra, warum hast du die gehauen? Emino? Was ist Emino? Was rufst du mich? Du weißt doch, wie möglich, Emino. Du weißt das doch. Du bist so ein intelligentes Tier. Geh, Emino. Geh, Emino. Geh, geh. Komm mal her. Ach, du fängst. Du willst mich fangen? Und die Nervensäge war von hier und hat viel Milch getrunken. Und hat sie sich hier in den Karton gelegt gehabt. Aber jetzt ist der Thomas Thar. Vielleicht ist sie hier in einen anderen Karton gegangen. Ne, die ist wieder weggegangen. Auf jeden Fall war die von hier. Na Thomas, hast du genug getobt? Emino? Die Phillies. Pelle. Wo kommst du her? Da ist einmal der Pelle. Jetzt kommt Fistik auch rein. Ja, die Babys von Songl werden immer neugieriger. Petra, warum haust du das Kitten? Was hat es dir getan? Bunte, du lässt sie in Ruhe. Komm mal da wieder runter. Die Bunte kann sehr aggressiv werden. Komm mal, hier unten spielt. Und Fistik versucht ja meine Hand zu fangen. Babys, dann kommt rein. Ich will da ein bisschen rausgehen. Die flitzen und toben und machen hier. Schau ich mal den Schwanz an. Der ist ja richtig spitz. Und dickt der Schwanz richtig in Kampfposition. Und die andere Hälfte ist schon längst im Land der Träume. Und die anderen toben. Und dann schaut mal, wie süß die beiden Stiefbrüder mit nebeneinander schlafen. Ist das nicht ein süßer Anblick? Und dann schaut mal, wie süß die beiden Stiefbrüder. Und die anderen zerlegen hier das Zimmer. Seht euch das mal an. Da kommt die Kamera nicht hinterher. So fling sind sie. Nicht rausgehen. Spiel mal da unten, bitte. Das ist okay. Seht euch das mal an. Die Kitten von Zongi gehen ja richtig ab. Immerhin sind die nicht mehr scheu. Als Kitten haben sie mich hier angefaucht gehabt. Der Zongi versucht gerade ihre Kitten zu sammeln. Wenn ich das so versuche, sie irgendwo nach hinzubringen. Zongi, ne? Weil ihr zu lange im Zimmer seid immer. Und Petra denkt auch, was ist da los? Sie sind ja flink. Und schau mal, Babypirat ist ein Weibchen. Was sind die nicht süß? Und Petra schaut ums Eck. Seht euch das mal an. Wie sie da starrt. Na, Stefanie, du hast aber lange gefehlt. Hast du deinen Akku geladen? Na, das sieht so aus, ne? Du Stück Pommes. Emino. Was hast du von da oben auf mich geschmissen? Ich habe hier einen Tropfen Milch auf meinen Armen bekommen. Ja, was, Emino? Was? Was ist? Komm hier runter. Ja, nichts mehr. Komm hier runter. Na, jetzt ist auch Petra froh, weil Steffi wieder wach ist. Steffan unterhält alle. Steffan unterhält alle. Und jetzt... Und jetzt... Steffi hat aber wirklich ihr Akku geladen und schaut mal, der Minipirat versucht von seiner Mutter den Schwanz zu fangen. Ne, du kommst nicht hier hoch. Du versuchst die ganze Zeit hier auszubrechen. Schau mal wie Petra da zuschaut. Puh, die der Schwanz. Dann gehen wir mal wie Petra. Bistra. 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 da weiß man nicht wo man die kamera hinhält wo die so aktiv sind dann stellt euch mal vor sie hätte die kitten auf der straße bekommen stelle ich mal vor wir hätten ihr nicht weiter geholfen wir hätten sie nicht aufgenommen was wäre aus den algen gewesen wir haben die gegen flühe gegen pilz gegen augenherpes gegen schnupfen haben wir die schon alles behandelt die sind immer noch in der behandlung die müssen auch noch mal zum tierarzt morgen zong will die runter rufen sieht ihr das dann wie viel krankheiten sie überstanden haben neben ihrem alter sie und ihre mutter nach petra da bist du auch und hab keine angst ein oge hab keine angst entspann dich einfach du hast jetzt noch so süß mit gespielt und heute morgen so dass ich dich hier zu hause gelassen habe jetzt bist du aktiv oder was petra weiß auch nicht mit wem sie spielen soll oder was sie beobachten soll und jetzt kommt die lili sie durch mal den kitten feind lili ein wie sie schaut was sind das alles hier für kleine würstchen sie hat sich erschrocken wo einer schon die tür reinkam unsere lili die bounty ist da jetzt kommt die zicke die lili ist gleich runtergelaufen der kleine kitten feind schau mal die zonkel ruft sie wirklich runter seht ihr das zicke hör auf zu zicken schau mal schau mal schau mal und Teddy, du hast heute keine Lust Schaut mal, wie sie die Ketten runter ruft Was ist Bounty? Die Bounty steht auf Hardcore streicheln, was man immer so gegen drücken und sie dann kauen und sie drückt auch richtig gegen, das ist kein normales Kauen was sie mag, das ist richtig Hardcore, sie drückt richtig in den Kopf gegen, in meine Hand Und Lilly, du willst in deinen Keller, ne? Lass mich doch in meinem Keller und ansonsten haut ihr euch richtig Macht ihr was ihr wollt, denkt sie sich, aber ne, jetzt ist sie weggelaufen Stefanie Nein, meine Pirat An der Getigerte scheint später müde zu sein, der starrt nur noch durch die Luft und da sieht dann ein müdes Ketten aus Dann geh schlafen, du kleines Baby, du brauchst nicht so durchzustrahlen Dann geh schlafen, ja, geh hoch da, genau Jetzt geh schlafen, ok Und schau mal hier, das neue Ketten Und ich mach mal hier, das Fenster zu Und wo liegst du denn da, Emil? Ja, das kleine Baby will gerne weiterspielen, aber Die Kraft ist weg Gelsongöl Gelsongöl, wir machen hier das Fenster zu Und schaut mal, wie schnell Kettenmüdel werden können Der ist auch kaputt Der ist auch K.O. Der kleine Spatz Also zwei, die gerade richtig getobt haben, sind jetzt müde Jetzt sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Kitten wieder hier K.O. Jetzt fehlt der Mini Pirat Und die Mutter ist schon bei ihm Na, die scheint wohl nicht zu hören Songöl Du willst sie gerne hier runter holen Aber schaut mal Nee Na Pirat Du bist auch bald müde, ne Und Steffi Gib keine Ruhe Ist das nicht süß, wie die spielen Steffi unterhält alle Wie gesagt, sie sind alle Freunde So sieht man den Kindergarten Viele hier halt spielen, ne Viele hier halt spielen immer, ne Viele hier halt spielen immer, ne Stephanie, du hast den Akku geladen, ich denke mal, dass hier der Minipirat gleich müde ist. Vielen Dank. Ja, und es gibt keine Ruhe. Was machen die da oben? Doch, schaut mal, der kleine Einauge spielt allein vor sich herum. Zack, jetzt ist der runtergefallen, da. Der Deckel geht auch da hoch. Und Minipirat läuft da wieder runter. Tut mal. Tut mal. Schaut mal, der neue Getigerte, der ein Auge und der gelbe von Songül spielen gerade zusammen, ist das nicht süß, deswegen habe ich ihn noch zu Hause gelassen heute, weil ich habe gesehen, dass er sich eingelebt hat, das ist einfach ein sehr schöner Anblick, das zu sehen und dass man die Ketten auch so süß sieht, was für Energie sie haben und wie es ihnen gut geht, da steckt auch natürlich viel Arbeit und Kraft und Pflege hinter. Schaut mal, der neue, wie süß der jetzt auch aktiv geworden ist. Emino, was ist? Was ist Emino? Was? Was ist mein Schatz? Was ist? Was ist? Was ist Emino? Was ist Baby Emino? Du hast mich ja richtig gerufen. Emino, wir schauen gerade, wie der kleine, neue gerade spielt. Schau, wie süß der sich mit dem angefreundet hat. Schaut mal, jetzt wird er auch aktiv, der andere, der Emil. Schaut mal, die sind Freunde geworden, seht ihr? Da habe ich ihn auch zu Hause gelassen, denn ich habe auch gesehen, dass es ihm im Allgemeinen außer seinem Auge ganz gut geht. Aber wie gesagt, so konnte ich es nicht übers Herz bringen, ihn wieder auf die Straße aufzusetzen. Ich denke immer, auf eine Katze kommt das auch nicht drauf an und ich habe hier dann die Katze aufgenommen. Ja, und wenn man die jetzt so von klein an aufzieht und alles dafür tut, dass es denen gut geht und dass die überleben und dass die ein Zuhause haben. Und wenn dann spurlos eine von ihnen verschwindet, wie der Leon oder wie die Iris jetzt. Das macht einander für dich auch wirklich die... Also ich bin da wirklich ganz durch den Wind wegen den beiden. Hinterher habe ich beide wirklich groß gezogen. Und man weiß nicht, wo die sind, man weiß nicht, ob es denen gut geht, man weiß nicht. Also Ungewissheit, wenn man nicht weiß, was mit denen ist, das macht mich schon sehr traurig. Also die waren genauso klein, Leon und Iris, wo die kamen. Das ist halt traurig, wenn eins verschwindet. Mensch, geh doch bitte in ein anderes Katzenklo, was soll das? Meine Güte, putze ich dreimal am Tag das Katzenklo. Ja, das sieht man auch hier die Skitten. Und ich wollte heute eigentlich spazieren gehen, aber man sieht, dass die Kinder uns hier richtig gebunden haben. Sogar die Stefan, die ist hier, die hat auch Hunger. Die muss ich ein bisschen stärken. Und Feuchtwitter bekommt ihr auch kurz vorm Schlaf nochmal. Und schaut mal, der neue Kleine, wie süß er sich eingelebt hat. Ja, und dann möchte ich mich für heute verabschieden. Wir haben uns heute die Kitten die ganze Zeit angeschaut, denn die waren alle am Spielen und am Turm und am Hüpfen. Ich danke euch alle fürs Zuschauen, fürs Liken, fürs Teilen, fürs Kommentieren und für die Sterne. Ich möchte auch natürlich viel länger das Video machen, aber ich bin heute auch ein bisschen müde, ehrlich gesagt. Ich danke euch alle, wie gesagt, fürs Zuschauen und dass ihr dabei wart. Ich sage dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ich sage dann, wir schauen uns an. Ich sage dann, wir schauen uns an. Ich sage dann, wir schauen uns an. 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 Vielen Dank.